Tut sich bei Ihnen etwas Neues, Miss Sean? Sie fährt mit der Linie 7 nach Hause. Hilft Ihnen das? Jamal, gute Nachrichten. Ich habe jemanden gefunden, der uns vielleicht helfen kann. Ruf zurück, dann erkläre ich es dir. Danke. Ja, ja. Wie viele Ersatzmagazine haben Sie? Ersatzmagazine? Ernsthaft? Finch, wir brauchen Verstärkung. Darf ich? Ich persönlich benutze lieber Kaliumchlorid als Chlorophon. Geht schneller und lässt sich bei der Obduktion nicht nachweisen. Das Problem mit Chloroform ist, es stinkt. Wer war das denn? Ein Franco-Algerier. Mit einem Armeemesser von Mazarin. Ich tippe auf Fremdenlegion. Sie hat mal auf der ganzen Welt, Freundin Maria. Die Fremdenlegion? Wieso wollen die mich umbringen? Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Finch, wann wird Captain America hier aufschlagen? Mr. Ree sollte gleich bei Ihnen sein. Bleiben Sie dicht an der Wand. Der Typ hat vielleicht Freunde mitgebracht. Allons Sie! Das Verlaufel hat Ihnen wohl nicht geschadet. Was, das oder noch mehr? Maria, entdeckung! Irgendwas stimmt doch mit Ihnen nicht. Hoffentlich ist er krankenversichert. Wie kamen Sie auf die Evil-Kniebel-Nummer? Hat man Ihnen bei den Marines nicht gesagt, dass man das so macht? Aber erst wenn einem Blei nicht mehr weiterhilft. Und danke fürs Kommen. Immer gerne. Ich unterbreche Sie nur ungern, aber wer zum Teufel sind Sie? Wir sind Ihnen sehr ähnlich, Miss Martinez. Wir helfen Menschen in unglücklichen Lebensumständen und verlangen nur eines im Gegenzug für unsere Bemühungen. Und was ist das? Die Wahrheit.